... einen besonderen Stammtisch. Wir wollen ein Skatspiel machen. Bei so einem reizenden Publikum wollen wir uns selbst mal ein bisschen produzieren. Und zwar ist das Kurt Stadel, ein großartiger Parodist. Hans-Uwe Schneider, ein großartiger Parodist. Und ich darf da ein bisschen mitparodieren. Wir haben uns also Stars ausgesucht, die wir als Trümpfe ausspielen werden. Und hier, meine Damen und Herren, ist unser großer Parodistenstammtisch. Zu allen heiteren Kortenspielern treffen sich ja wohl. Gleich hören heute, was uns hat wohl, sie parodieren toll. Sie spielen ihre Trümpfe aus und das ganz ungeniert. Am Acker wirken von dem Heinz-Heinz Rümern parodiert. Mir geht's gut, ich bin froh und ich sag dir auch wieso, weil du mich gut verstehst. Und mit Rat und mit Tat, als mein guter Kamerad mit mir durchleben geht. Ich bin froh und ich bin froh und ich bin froh und ich bin froh und ich sag dir auch wieso, weil du am Freude sein kannst. Doch auch die Damen spielen mit, als Trünkel, wie man sieht. Als gute Parodie für uns geklebt mit einem Lied. Eins und eins, das gibt zwei Trünkels und denk nicht dabei. Denn denken schadet der Illusion. Alles dreht sich, dreht sich am Kreis und kommst du mal aus dem Gleis. Was eben Erfahrung anstatt Offenbarung. Was macht das schon? Du bist allein und suchst vielleicht ein bisschen Glück und Zärtlichkeit. Suchst einen, der die Hand gereicht, für dich da draußen sing ich heut. Nur dein Transistor ist allein, die Brücke zwischen dir und dir. Auf seinen Wellen finde ich ganz mühelos, denn weg zu dir. Du dauerst an Baut auf Obersee, dauerst in dem verlassenden Dorf. Als du Probleme, die dich weinen, umleg sie hier auf den Tisch. Werde sie doch, werde sie doch. Und die Zeit, 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 und die Zeit. Schenk mir doch ein kleines bisschen, liebe, liebe. Sei doch nicht so schlecht zu mir Zwei, drei, vier, fühlst du nicht wenig süßen Triebe, triebe, wie mein Herz verlangt nach dir Zwei, drei, vier, schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe Liebe, sei doch nicht so schlecht zu mir Fühlst du nicht wenig süßen Triebe, triebe, wie mein Herz verlangt nach dir Schluss, aus, hier Als Rübe hat im Hinterhand noch einen Schub zum Spaß Den Emanuel, der bekannt wird seinen tiefen Pass Wie Cernis war Wie Cernis war Körgemogutu 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 Leg was auf die hohe Kante, Boy, das rat' ich dir. Und als Mannen war Geld, wurde lauter Spargeld. Bin ich heut' mal blank, geh' ich zum Werkzeugschrank. Und dann hau' ich mit den Hämmerchen mein Sparschwein, mein Sparschwein kaputt. Mit dem Innenleben von dem kleinen Sparschwein, geht's mir dann wieder gut. Bang, bang. Bevor das Spiel zu Ende geht, das heute und den nicht, wird Peter Alexander hier von Kothun aufgetischt. Der Abend sind sich auf die Döcher der Vorstadt, die Kinder am Hof müssen heim. Die grimme Frau legt das Trottwag vor dem Laden, ihr Mann trägt die Obstkisten rein. Der Tag ist vorüber, die Menschen sind müde, doch viele gehen nicht gleich nach Haus. Denn drüben klingt aus einer offenen Tür Musik auf dem gestalten Haus. Die kleine Kneipe in unserer Straße, dort wo das Leben noch lebenswert ist. Und in der Kneipe in unserer Straße, dann frag' ich kalt, was du weißt oder willst. Noch eine Karte bleibt, für uns die Spiele eins und zwei. In dem der leise Servus sagt, die Moser mit Humor. Sagt beim Abschied, leise Servus, nicht nicht lebwohl und nicht adieu. Bitte geschenkt, 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 wer kann, die tun ja weh. Doktor Stein, wer kann, Servus. Ist ein lieber letzter Luch, wenn man einmal Abschied nehmen muss. Es gibt schaust herein, ein neuschen Wein und gleiche Liebe rein. Bitte tun schaust, ein Abschied, reise Servus. Und gibt's auch kein wildes Wind am Gereich Doch schön Immer, habe ich die Ehre? Ja, sofort! Ja! Vielen Dank, meine Damen und Herren! Ich hoffe, dass Ihnen der Parodistenstammt ein bisschen Spaß gemacht hat. Vielen Dank, kurz startet. Wie viel startet, machst du so? Um die 30. Ja, ich auch, um die 30. 60. Ja, ein paar kann ich auch noch. Wir könnten da mal so, weißt du, sechs blaue Böcke, hiermit machen wir dann zu dritt. Ja, gut. Wenn wir die Karage kriegen, warum nicht? Ich bedanke mich, dass ihr da gewesen seid, aber da drüben sitzt einer, der mit dem Hämmerchen, ach, die Bämpel natürlich, ein Bämpel, zwei Bämpel, das war wunderschön. Da drüben sitzt einer, der, jetzt musst du mal aufstehen, damit man dich auch im Saal sieht, Chris Hauland ist nämlich wirklich hier, der hat sein Hämmerchen hier, da drauf, Chris, ja. Ja, das ist das, ja. Das Karo sind wir immer, immer rundherum, und die Welt hat sich nicht einzudrehen. Davon wird mir den Kopf, der Kunde vom Mund und um. Doch ich finde es ganz schön wunderschön, doch schreib doch ein, doch fahr mit mir. Wir fahren einmal, zweimal, dreimal, und das Glück geht, das Karo sind wir immer, immer rundherum, wir haben schon bei jedem Publikum.